Beim Knötchenstich den Faden von unten dort ausstechen, wo das Knötchen sitzen soll. Den Faden mit der linken Hand halten und dreimal in engen Schlingen um die Nadel wickeln. Die Nadel dicht neben dem Ausstichloch mit gestrafften Faden durch den Stoff stechen. Den Faden durchziehen und dabei die Schlingen mit herunterrutschen lassen. Leicht anziehen und fertig ist das Knötchen. Von unten ausstechen, Faden mit der linken Hand halten, dreimal in engen Schlingen um die Nadel wickeln, dicht neben dem Ausstichloch mit gestrafften Faden durch den Stoff stechen, Faden festziehen und Schlingen herunterrutschen lassen. Dieser runde Knötchenstich braucht etwas Übung, ist aber sehr vielseitig. Einzeln eignet er sich für Augen oder Akzente, in Gruppen für Blütenmitten, Bäume und Tiere.